Willkommen zurück zu einer weiteren verstörenden Folge, Burger Brutzler Simulator, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte geisteskranke Video mit einer Bewertung unterstützt haben, verschlossen. Warum ist hier alles zu? Was ist das nur für eine merkwürdige Welt, in der ich mich hier befinde? Ja, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer kleinen Bewertung unterstützen würdet, denn ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird noch sehr, sehr gestört. Das fängt ein bisschen ruhig und chillig an, man geht zur Arbeit, nicht wahr, Kumpel? Ja, alles klar, so geht man zur Arbeit. Aber das Spiel wird immer gestörter und gestörter und gestörter. Sag mal, wo willst du hin? Hey, Roy, er geht falsch. Mensch, wir können den Bus nehmen, Roy. Roy, ich enttäusche dich nur sehr ungern, aber du reitest nicht, das ist kein Pferdchen. Ob ich den Mann kenne? Nein, ich, ähm, das ist ein Mann, der hat Probleme, den betreue ich. Ich bin Single, ja, ja, klar, gerne, meine Nummer, äh, hier, bitte. Aber ich muss jetzt zur Arbeit. Roy! Was ist da drüben los? Ähm, Roy? Ich glaube, hier ist was ganz, ganz Schreckliches passiert. Ist das nicht die Wurstfabrik vom Kreis Industries? Warte mal, ist das Ding hier fake? Okay, was zum Geier läuft hier? Kann man hier irgendwie rein? Das ist ja wirklich eine Wurstfabrik. Ha. Aber anscheinend können wir hier nicht rein, aber hier ist alles fake. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sehr stark davon ausgehe, dass die ganze Stadt hier nicht wirklich existiert. Oh, wir können rein. Lobreißet das Brötchen! What the hell? Alter, was ist das hier? Okay. Leitung irgendwie wieder herstellen. Also hier bauen wir Licht. Ich gehe mal hier rein. Was ist das hier? Wow, 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 wow. Warnung. Gesundheit mies. Oh. Okay, wir sollten hier lieber nicht dran rumfingern. Unsere Kochkünste können weiterhelfen. Glaubst du das wirklich? Indem ich hier so einen Patty auf den Grill schleudere, aber der ist... Der ist nicht an. Alter, was bist du für ein Ding? Was ist das hier? Irgendwas schlummert doch hier unter der Plane. Okay, das muss in der richtigen Reihenfolge eingeknipst werden. Tja, was ist die richtige Reihenfolge, hm? Ah, hier. Remember to make... Aha. Mit Grün fange ich an. Okay, warte mal. Das ist gar nicht mehr so dämlich, das Spiel. Wo ist denn hier? Grün, Grün, Grün. Okay, Grün läuft. So. Das könnte Gelb sein. Senf. Hier drüben. Senf-Gelb. Ich gehe zumindest sehr stark davon aus. Hey, Fettsack. Ich müsste hier mal durch. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier irgendwie durch. Was ist das denn? What? What? Okay, das hört sich schon ein bisschen beunruhigend an. Ich muss schon zugeben, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Was ist jetzt los? Irgendwie die Musik wird bedrohlich, dann kann ja der Letzte... Warte, 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 warte. Der Letzte ist rot. Ach ja, stimmt. Wir haben hier noch rot. Badabah. Wow. Quantumsmarm. Halt, stopp. Was? Wie? Wo? Was nun? Brutzeln die? Die brutzeln. Oh nein, oh nein. Ich werde hier wahrscheinlich die ganze Zeit in Beschlag genommen, ha? Oh, verdammt. Niemand hat mir gesagt, dass Quantumsmarm hier ihr Unwesen treibt. Salat. Gürkchen. Wow, 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 wow. Die schmeißt hier mit irgendwelchen Rotzpopeln um sich. Oh, guck mal hier. Mach bumm. Nochmal bumm machen. Okay, das Ding ist ready. So, dann das hier. Schon wieder hier so ein Klumpen Schmalz. Habe ich Käse drauf? Okay, der ist ready. Hey, Chef. Hier, für dich. Oh, verdammt. Der hat mich erwischt. Ah, hier rein. Schön rein. Mit dem saftigen Burger. Schön rein ins Maul, das Ding. Oh, was haben wir hier Schönes? Leckerlis. Und einen Koffee. Nom, 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 nom. Alles klar, ich habe wieder Sprit in der Hose. Okay, ich muss die Dudes hier irgendwie loswerden. Uff, die machen böse Schaden. Ah, gib mir das. Brutzel das. Okay, Burgerbrötchen drauf. Äh, Salat. Gürkchen. Schwupps. Warum? Jetzt. Oh, komm. Lass sie explodieren, die Jungs. Noch den hier. Alter, was sind das für Dinger? Okay, der brutzelt noch. Mal hier einen Batzen Käse. Schmiert drauf. Und... Mmh, yummy, 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 yummy. Oh, schmalz Gesicht. Rein. Schön rein in den Schlot. Oh, Brötchen hier wieder hin. Zack, zack, Doppelklops. Moin. Holy moly. Ey, das ist so ein gestörtes Spiel. Schaut euch das Ding doch nur mal an. Ei, 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 ei. Oh. Oh, Quantum's Mom ist fies. Tomate noch drauf. Ah, warte. Hier kommt jemand angewackelt. Okay, wir machen noch eine kleine Tour. Machen die alle kaputt. Oh, ich hab wenig Leben. Obacht. Achtung. Sack. Ah. Okay, er muss den Mund anscheinend aufmachen. Huh. Schön rein. Oh mein Gott. Alter, wie widerlich war das denn, bitteschön. Wow. Okay, ich sag ja, das Spiel ist ganz schön gestört. Oh, den ganzen Kram baller ich mir noch rein. Wow, hiermit wäre ich super mega schnell gewesen. Ah, soll ich hier rein? Ich geh... Ah, ich geh tief rein in Quantum's Mom. Jede Menge Batterien. Warte, war das ein Roboter? Was läuft hier? Was läuft hier für eine kranke... Nummer? Ich sag ja, Peter ist ein Organismus, das fügt mit P.T., das P.T., das P.T. P.G. animatronic. Ich sag ja, Peter hat einen incisionalen Hunger. Nach dem Rampagen durch die Facilität, für mehrere Tage, er hat seinen Weg in eine Berger-Bomb-Simulation-Stage das war unter Repair. Die Strukturen-Werker sind fixiert, die Gebäude. Ich und meine Team waren auf eine größere Qualität von AR-Unit. Und dann, Peter, Peter burst in. Er hat die gesamte entire Construction Group, all of my scientists, und dozens of AR-Units. Ich hatte ihn in der Walken. Ich hörte die screams von meinen Freunden und meinen Co-Workers als sie verletzten. Nachdem ich mich erinnert, um ihn zu finden, Peter überburdened und füßt zu den Fuhren. Er konnte nicht reachen. Und ich hatte ihn aus der einzige, der einzige Überlebende. Die Erlebnisse, die Lebensjahre wurden einfach aus den Rekordnungen der Geschichte als eine Firma erraten. Die Familien hatten keine Ahnung, dass sie hier sogar gearbeitet haben. Und jetzt, ich werde nie von ihnen wieder hören. der Birke ist was fuck, wie gestört ist das, bitteschön? Okay, neue Sachen kann ich damit zusammenbauen. Ich habe irgendeine Anleitung gefunden. Tüftler. Alter, wie widerlich ist das? Das ist kein Roboter, das war wirklich ein Vieh. Irgendwas Organisches, schmalziges, das wir jetzt zerbombt haben. mit drei ganz normalen Burgern. Nicht mal ein Double Beef. Ganz normaler, klassischer fick dich ins Knie Burger. Ich war früher ein Fastfood-Koch, aber dann habe ich einen Burger ins Knie bekommen. Alter, was für ein Spruch wieder. Okay, was jetzt? Gehe zur Arbeit. Nach der Scheiße hier soll ich noch arbeiten gehen? Ich weiß ja nicht. Habe ich da wirklich Bock drauf? Eigentlich nicht. Eigentlich eher ganz und gar nicht. Aber naja, was willst du machen? Wir brauchen Geld, wie im echten Leben. Was willst du machen? Was war das denn eben gerade? Was ist das hier? Ziegelsteine? Es sind einfach irgendwelche Ziegelsteine runtergeploppt. Moin! Ja, alles easy. Mir geht's auch nicht so gut. Aber hier, wir brauchen auf jeden Fall Fritten und das hier. Mal das hier. Stempel ich mal hier ganz kurz ab. So. Kann ich schon mal hier reinwerfen? Geht das? Irgendwie nicht. Ne, die Geräte müssen an sein, dafür muss ich aufmachen. Sonst hätte ich hier schon mal, weiß nicht, die Fritteuse ein bisschen vorfetten lassen, aber leider geht das nicht. Oh, morgen, Roy. Morgen. Ja, ich hatte auch einen verrückten Morgen. Ich habe ein riesiges Schwein gekillt, Kumpel. Geht's noch kranker? Ich glaube nicht. So, das ist irgendwie merkwürdig. Also hier die, die Sachen reinmachen, ich weiß nicht, das, das funktioniert nur so semi-optimal. Na, kann ich nicht reinwerfen. Ja, jetzt, jetzt, oh, jetzt, ah, ich darf nicht so nah dran sein. Alles klar, jetzt verstehe ich das auch. Guten Tag, die Dame. Oh, hier schon mal ein Tütchen hin. Hier schon mal, schwupps. Was Softiges wollen sie auch noch. Hier, zack. Okay, Lady, sie wollen fritten, fritten Nuggets. Wow, 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 wow. Wow. Sind die durch? Noch nicht. Wir arbeiten dran. So, man hier noch von jedem Paddy. Heute ist aber wenig los, Roy, ne? Erst eine Kundin. Merkwürdig. Kenn ich so gar nicht. Hast du es gerade gehört? Ja, ich finde auch, das klingt sehr verdächtig. Nosferatu spielt hier wieder in den Leitungen rum. So, hier, die Nuggets sind schon mal drin. So, alles schön hier ins Wärmekörbchen rein. Pommes 1 und und Pommes 2. Zwei Pommes. Ja, bitte, ma'am. Bon Appetit. So, du alte Klopsnase. Was macht denn der Staubsauger hier? Irgendwie, ich weiß nicht, heute ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre in der Bude. So, was willst du? Shake. Er will Shakes. Dann lege ich mal hier ganz kurz Klops hin. So, Shake Nummer 1. Tütchen. Und what? Hallo? Oh, irgendjemand hat hier die Geräte abgestellt. Nosferatu? Shake ist durch. Klung, 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 Hier, ihre Shakes. Nächster, bitte. Na los, ich muss Geld verdienen. Cookies. Wo war ich denn? Cookies? Wir holen mal hier die Klöpschen weg. Cookies, hier sind Cookies. Hier rein, oder wat? So, was werden wir denn noch? Cookies und Fritten. Boah, was war das? Cookies und Fritten. Keine Ahnung, wann die Cookies hier ready sind. Schon wieder die Maschine abgestellt. Irgendjemand fummelt hier die ganze Zeit an meinen Maschinen rum. Guck mal, hier so ein Kuchen. Aber gebacken sind die noch nicht. Aber hier backe ich doch Kekse, oder? Muss ich hier noch irgendwie Knopf drücken oder so? Ah, Deckel muss zu, dachte mir schon. Hab ich noch nie gemacht, okay? Wie, Kies, du hast noch nie Kekse in deinem Leben gebacken. Nein, hab ich noch nicht. Ja, bam. Ich hol dir mal einen Klops drauf. So, wie lange dauern denn die Cookies? Warum steht hier ein Schwein plötzlich rum? Cookies, komm gleich, Sir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schon mal ein Brötchen hinlegen. So, heiße Cookies. Ding, 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 Klopp. Tütchen, hin. So, das ist es durch. Ja, das ist durch. Schwupps, will jemand irgendwie einen Burger? Cookies, Fries, oh nein. Flupp. So, Fritten hab ich auf jeden Fall am Start. Oh, hier, lecker Frittis. Alter, hat schon wieder jemand hier rumgespielt? Läuft der Laden? Der wollte, glaube ich, Schwein, ne? What the? Hallo? Alter, was war denn das eben gerade? Die ganzen Figuren hier bewegen sich. Okay, Cookies, Pommes, Pommes, ohne Gurken. Sein, was haben wir jetzt da drin? Haben wir den Cookie schon drin? Ne, hier ist dein Cookie, Sir. Also, er will Salat, er will Käse, Tomaten und Zwiebel und hier so ein Spachtelfleisch. Auf das Ding. Wow! Was zum... Geh aus meiner Küche, du widerlicher Freak! Cookie Fries Softdrink. Okay, warte, ein Cookie, hab ich keine mehr. Cookies sind leider leer, ma'am. Da schmetter ich ein paar Cookies rein und babäms. Oh, noch Fritten. Letzte Portion Fritten. Wir brauchen neue Fritten. Softdrink hab ich immer bereits. Huah! Ich bin der Fastfood Ninja. Schwupps. Okay, ich hol dir mal hier die Fritten. Kabam! Kapau! Fastfood Ninja. Hey, der Freak kommt immer näher, kann das sein? Cookies! So, hier, bitteschön. Verzieh dich, Alter. Ein Haus aus meiner Drecksküche, ja? Nuggets und Shake. Na, ist nochmal easy. Hier nehme ich auf jeden Fall noch mit. Auch die Kohle. Muss hier eine extra Schicht hinlegen. Hab zu Hause eine fette Frau, die frisst ganz schön viel. Alter, irgendwelche Phantome rennen durch meine Bude. So, was war das? Shakes und Nuggets, mehr nicht, ne? Was ist denn die Schicht hier vorbei? Ich arbeite mir hier wieder die Ritze bunt. Geh nach Hause. Ja, ich hab's überlebt. Roy, wir sehen uns daheim. Ja, natürlich, wir gucken wieder Fast and the Furious. Klar doch. Was auch immer, Kumpel, ich geh nach Haus. Hab die Schnauze voll. Ah, ich muss mich abstempeln. Warum vergesse ich das jedes Mal? Okay, du bist der Sensen, Mann. Ah, bitteschön, abgestempelt. Roy, ne? Also dann, war nicht zu lange. Unheimlicher Geselle. Aber yo, man kennt's. Gut, gehen wir mal nach Hause. Ich glaube, ich ruppel mir noch ein. Wo ist denn hier das Ruppel los? Ich hab hier Glück. Ah, hier. Okay, nix. Einer geht noch, komm. Okay, alle guten Dinge sind drei. In der Mitte habe ich jetzt 15 Dollar hier verdudelt. Zwei Credits. Das war voll süchtig, hier zu spielen. 20 Credits. Ich bin dem Plus, ich höre auf. Tja, ich bin eben intelligent. Hallo? What? Alter, was war das? What? Was war das? Okay, Grimm. What the fuck? Hey, you aren't E7. Who are you? What? Cow got your tongue? Why are you looking at me like that? Oh, right. I'm kind of just a talking head. Say, you don't know what's going on, do you? Right. Well, I'm an artificial intelligence, cybernetic organism. or a robot, or a robot, if you will. E7 was a human like you. A friend. Haven't seen him in a while, though. He woke me up. Now I'm going to wake you up. All of this is fake. And E7 made recipes, to try to break out. See those blue prints over there on the walls? It shows you the ingredients you will need. Throw all three of those ingredients into obscurus Fabricator and watch the magic happen. Right before your very eyes. What the hell? Was läuft hier für eine kranke Kacke? Okay, Moment mal. Hier ist ein Plan und... Was brauche ich denn? Ich brauche, äh, eine Batterie, einen Transmitter und... Klebstoff. Dann muss ich das wahrscheinlich hier alles reinwerfen, oder wie? Was mit der Tür hier drüben? Okay, das ist ziemlich abgedrehte Scheiße. Seit wann habe ich hier ein Loch in der Garderobe? Und wir können auch irgendwas bauen, hieß es. Wir können irgendwas craften. Okay, das haben wir schon gehört. Das haben wir schon gehört. Ach, da kommen die Kassetten hin anscheinend, hm? Und wo kann ich was bauen? Ich hieße ja, in meinem Apartment kann ich irgendwas zusammenbauen. Hm. Abläufe. Tutorial. Zwei Credits. Okay. Oh. Freunde, ich würde sagen, ich hau mich mal hier aufs Ohr und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann wird abgeschmalzt. Ich bin gespannt, wie der kranke Dreck hier noch weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Habe ich das schon immer hier? Was ist das denn? Huh. Okay. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewertung dalassen und Tschüss.